Grüezi miteinander. Über das Gründungsdatum der Schweiz kann man sich, wie über so vieles, trefflich streiten. Oder darüber, ob sie überhaupt gegründet wurde im Sinne eines traditionellen Gründungsakts. Schauen wir es uns also an. Nach unserem heutigen Geschichtsverständnis ist die Keimzelle, die Urschweiz, 1291 gegründet worden. Im damaligen Bundesbrief schlossen sich die drei Urkantone, Uri, Schweiz und Unterwalden, zu einem Rechtsbündnis zusammen. Man einigte sich zum Beispiel darauf, keine fremden Richter zu akzeptieren, wie mit Brandstiftern umzugehen ist oder wie Diebstahl, Gewalt oder Justizflucht unter den drei Waldstätten geregelt wird. Die Vorstellung, wie dieses Bündnis damals zustande gekommen ist, wie der geheime Schwur auf der Rütliwiese bei Nacht und Nebel geleistet wurde von den drei Ureidgenossen Staufacher, von Melchtal und Fürst, diese Bilder prägte niemand Geringeres als Friedrich Schiller, der der Schweiz nicht nur einen Nationalhelden schenkte, sondern auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, welche Vorstellung wir von unserem Gründungsmythos 1291 haben. Es ist mittlerweile aber relativ klar, dass der Bund der drei Waldstädte kein geheimer Schwur bei Nacht und Nebel, sondern ein ziemlich offizieller Akt war. Auch die Figuren, von denen Friedrich Schiller in seinem wohl bekanntesten Werk berichtet, sind meist nicht völlig frei erfunden, nur weiss man quellenmässig sehr, sehr wenig über Wilhelm Tell oder die genauen Geschehnisse im 1291. Der in Latein verfasste Bundesbrief gibt lediglich genau Aufschluss darüber, dass sich die drei Urkantone 1291 zu Beginn des Monats August zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben. Das Verhältnis von Wilhelm Tell zur wahren Historie kann man sich in etwa so wie die Trilogie um Der Hobbit vorstellen. Die Namen und Personen hat es meistens in etwa so gegeben, man hat aber gewisse Dinge dazu erfunden, wie die Verfolgung durch die Orks oder eine Liebesgeschichte zwischen einer Elbin und einem Zwerg, die es im Buch gar nicht gegeben hat. Schiller entnahm also den Schweizer Chroniken einige Namen und grobe Geschichten und schmückte sie aus und dichtete im wahrsten Sinne des Wortes einige Dinge hinzu. Der vorhin gezeigte Rütli-Schwur, der steht im Übrigen nicht im Bundesbrief, auch wenn viele Schweizerinnen und Schweizer glauben, dass dieser im Dokument von 1291 zu finden ist. Dieser Bundesbrief Ende des 13. Jahrhunderts galt im Übrigen nicht immer als Gründungsdokument der Schweiz. Viele Jahrhunderte galt der Bundesbrief von Brunnen von 1315 als das Gründungsdokument der Schweiz. Der 1315 erstmals in deutscher Sprache geschlossene Bund folgte auf die wohl legendärste Schlacht der jungen Eidgenossenschaft, der Schlacht am Moorgarten. Die Habsburger wollten die renitenten Eidgenossen abstrafen und marschierten Richtung Schweiz. Dabei versuchten sie, die befestigten Letzemauern bei Art und weiter östlich zu umgehen und marschierten entlang des Ägerisees und hatten vor, über den Sattel ins Zentrum des Kantons Schweiz einzudringen. Die Habsburger führten auch Scheinangriffe auf die befestigten Anlagen bei Art, um sicherzugehen, dass ihre Finte glückte. Die Schweizer und die verbündeten Urner wussten aber Bescheid und planten einen Hinterhalt im versumpften Gebiet südlich des Sees. Die ca. 9000 Habsburger, davon 2000 Ritter, wurden voneinander abgeschnitten und die numerische und materielle Überlegenheit auf dem engen Hohlweg zwischen Hängen, See und Sümpfen war nutzlos. Die Eidgenossen liessen Felsen und Holzstämme die Hänge herunter, die Pferde der Habsburger scheuten und die mit Helebarden wütenden Urschweizer hatten leichtes Spiel. Viele zurückweichende Habsburger ertranken, weil sie entweder in den See oder in die Sümpfe getrieben wurden, und das damals hochmoderne Ritterheer konnte seine Überlegenheit nicht ausspielen. Und der darauf geschlossene Bundesbrief von Brunnen 1315 galt viele Jahrhunderte als Gründungsdokument der Schweiz. Der Bundesrat hat 1891 eine Jubiläumsfeier anberaumt und dieser Bundesbrief von 1291 erhielt zum ersten Mal zentrale Bedeutung für die Gründungsgeschichte der Schweiz. Und das hat sich seither nicht mehr geändert. In unserem zentralen Geschichtsverständnis ist 1291 das Gründungsjahr der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und passend zu diesem Bundesbrief, der Anfang August geschlossen wurde, erhob die Schweiz 1899 den 1. August zum Bundesfeiertag, also zum Nationalfeiertag. Und das ist er bis heute geblieben. Ich hoffe, man konnte bis hierhin folgen, denn ich musste da einige Male ausscheren. Also zusammengefasst, der Bundesbrief von 1291 ist nach heutigem Geschichtsverständnis unser Gründungsjahr. Wie diese Gründung aussah, wurde maßgeblich von Friedrich Schiller beeinflusst. Lange Zeit galt der Bundesbrief von Brunnen von 1315 als Gründungsdokument, genauer gesagt bis Ende des 19. Jahrhunderts. Bis der Bundesrat eine 600-Jahr-Jubiläumsfeier anberaumte und 1291 erstmals zentrale Bedeutung erhielt. Nehmen wir also 1291 als Ausgangspunkt. In den darauffolgenden Jahrhunderten wuchs die Eidgenossenschaft langsam an, teils durch diplomatische Verträge, teils durch Eroberungen. Was ihr hier seht, sind die Beitrittsjahre der jeweiligen Kantone in den heutigen Kantonsgrenzen. Die sahen zum Zeitpunkt des Beitritts nahezu immer anders aus, als sie hier eingefärbt sind. Das Gebiet der Urschweiz 1291 war beispielsweise noch nicht so gross wie die heutigen Kantone Uri, Schwyz, Ob und Nidwalden. Die Abtei Engelberg gehörte noch nicht dazu oder auch südliche Teile des Kantons Uri und nördliche Teile des Kantons Schwyz. Um aber einen unübersichtlichen Flickenteppich zu verhindern, habe ich mich an den heutigen Kantonsgrenzen orientiert. Nur damit keine Verwirrung entsteht, weil später noch Gebiete erscheinen, die sich gegenseitig überschneiden. Die letzten Gebiete von aussen kamen am Wiener Kongress 1815 hinzu. Da wurden zum Beispiel Neuenburg oder das Wallis im Bund aufgenommen oder das Fürstbistum Basel der Schweiz oder besser gesagt dem Kanton Bern zugesprochen. Und 1815 erhielt die Schweiz jene Aussengrenzen, die wir heute noch kennen. Also fast. Der Kanton Genf war 1815 noch nicht vervollständigt und zum Beispiel die Gemeinde Jusy war vom restlichen Kanton noch abgetrennt. Das wurde erst im Turiner Vertrag 1816 geregelt. Nur damit das alles seine Richtigkeit hat, wir wollen den wunderschönen Kanton Genf nicht aussen vor lassen. 1815 stiessen also die letzten Kantone zur Schweiz hinzu. Der letzte Kanton, der gegründet wurde, das war jedoch der französische Kanton Jura, der sich am 1. Januar 1979 endgültig vom Kanton Bern getrennt hat. Wann und wie die Schweiz gegründet wurde, darüber kann man sich natürlich generell streiten. Ob das nun 1291, 1315 oder am 12. September 1848, also bei der Gründung des modernen Bundesstaats war, das darf und soll jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt braucht jeder Staat ein Hoheitszeichen, eine Flagge, ein Wappen. Und das wunderbare Schweizer Kreuz blickt auf eine ebenso lange Geschichte zurück wie die Schweiz selbst. Als sich die frühen Eidgenossen zusammengeschlossen haben und langsam um weitere Städte und Gebiete gewachsen sind, hatten sie ein Problem. Beim Laupenkrieg 1339 vereinten sich im Heer der Eidgenossen viele verschiedene Banner und Farben. Kämpfer aus Schwyz, Uri und Unterwalden, Männer aus Solothurn, Murten, Bern, Thun, Haslital, Burgdorf usw. usf. Und weil es zur damaligen Zeit noch keine Uniformen gab, hatte man zunehmend Mühe, seine Verbündeten von den Feinden zu unterscheiden. Und deswegen begannen die Eidgenossen, ihre Kleidung mit einem weissen Kreuz auf rotem Grund zu kennzeichnen. Es gibt verschiedene unbelegte Erklärungen, weshalb gerade ein weisses Kreuz auf rotem Grund, zum Beispiel, dass das Kreuz christlich sei oder das Rot das Blut Christi symbolisieren würde. Wahrscheinlich ist die naheliegendste Erklärung. Rot stand aufgrund der häufigen Verwendung schlicht und ergreifend zur Verfügung und ein weisses Kreuz aus dünnen Bändern war schnell und einfach befestigt. Und aus diesem weissen Kreuz auf rotem Grund entstand über die Jahrhunderte das Schweizer Kreuz. Beim Bundesvertrag von 1815 zu Beginn des Staatenbundes wurde das schwebende Kreuz erstmals als eidgenössisches Siegel bestimmt. 1840 wurde es erstmals als gesamtschweizerische Truppenfahne verwendet, 1889 präzisierte der Bundesrat das Aussehen des Schweizer Kreuzes und 2013 wurde das Grössenverhältnis der Schweizer Fahne, also die quadratische Form, auch de jure in ein Gesetz gegossen. Die erste offizielle Nationalflagge der Schweiz zierte übrigens kein Kreuz, sondern war von oben nach unten grün, rot, gelb. Das war die Fahne des ersten gesamtschweizerischen Nationalstaates von 1798, der Helvetischen Republik. Jetzt hat die Schweiz unschwer zu erkennen auch einen Namen. Logisch, Schweiz. Und weshalb der Staat Schweiz heisst, ist relativ einfach zu erklären. Im Bündnis der Urkantone war der Kanton Schweiz der wirtschaftlich, politisch und militärisch dominierende Teil der Eidgenossenschaft. So begannen erst Aussenstehende, auch die Habsburger, verallgemeinernd von den Schweizern zu sprechen. Obwohl das den Menschen aus Uri, Ob und Nidwalden erst nicht wirklich gefiel, begannen sie irgendwann selbst aus Trotz oder Einfachheit, den Begriff Schweizer als Sammelbegriff für die verschiedenen Gebiete der Eidgenossenschaft zu verwenden. So haben wir unseren Staatsnamen also wirklich vom Kanton Schweiz. Woher hingegen der Kanton Schweiz seinen Namen hat, das ist bis heute nicht zu 100% geklärt. Es kann nicht wirklich treffsicher auf einen lateinischen oder alamanischen Begriff zurückgeführt werden. Auch Erklärungsversuche aus einer anderen Sprache, wonach Schweiz von Suede, also hell oder glänzend, abgeleitet wurde, sind nicht belegbar. Es gibt aber einen schönen Gründungsmythos. Die Vorfahren der Schweizer sollen aus Schweden stammen, die das karge Nordland verlassen haben, um im Talkessel in der Zentralschweiz eine neue Heimat aufzubauen. Die beiden schwedischen Brüder, Suito und Jay, waren angeblich die Anführer der Schwedenschweizer und nachdem Suito seinen Bruder in einem Zweikampf erschlug, benannte er das neue Land nach sich selbst. Wieso der Kanton Schweiz nun Schweiz heisst, kann man nicht zu 100% erklären. 100% klar ist aber, weshalb das internationale Kürzel der Schweiz CH lautet. Confederation Helvetica, Schweizerische Eidgenossenschaft. Latein deshalb, um keine der vier Landessprachen zu übergehen. Ein Schweizer Kompromiss eben. Und Helvetia, auch der Name unserer Schutzpatronin, geht im Übrigen auf den keltischen Stamm der Helvetia zurück, der vor über 2000 Jahren das Gebiet der heutigen Schweiz besiedelte. Es ist also eine reiche und lange Geschichte, die unser Land zu bieten hat, die mit jedem neuen Tag noch ein bisschen weiter wächst. Im Bewusstsein, dass wir Schweizer ein Land sind, das mit Kompromissen, blutigen Schlachten, diplomatischen Verhandlungen und zähen Streitereien zu dem geworden sind, was wir heute sind. Mit unseren verschiedenen Wurzeln, die bis ins Jahr 1291 zurückreichen. Merci fürs Zulassen. 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 Zulassen.